Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's-Test-Part von Niche. Ein kleines Indie-Game, könnte man es beinahe nennen, das wird am 15. September, also für mich in 5 Tagen, ich kann unglaublich schwer rechnen, weil heute ist der 10., released. Das hier ist eine Demo-Version, die man sich auf der offiziellen Seite von Niche runterladen kann und im Spiel an sich, steht auch schon hier, Genetic Survival Game, geht es halt darum zu überleben. Mithilfe von Darwinismus. Wer scheiße ist, stirbt und der Rest muss weitergebracht werden. Ich hatte es selber schon so ein bisschen gespielt, kurzzeitig, mir steht es nochmal als eine Demo-Version, die Alpha kommt erst noch raus im September, aber ich wollte es zumindest mal probiert haben, ich habe keine Ahnung, ob ich das Video machen darf oder nicht, ich habe es mir einfach runtergeladen und nehme jetzt auf. So, das ist unser Spielbrett. Tutorial kann ich mal skippen, weil das habe ich jetzt schon mal allein gemacht. Ähm, boah, hast du hier gerade den Kopf umgedreht? Ach du Scheiße, Junge! Alles klar, wir haben schon mal Satan auf unserer Seite, das geht gut los. Äh, Adam, der von Satan Besessene, ähm, ist schon mal der Meinung, dass ich einen Bug gefunden habe. Aber gut, wie gesagt, das ist absolute Eifer. Ähm, und, äh, das Spiel basiert darauf, wir sind hier unser kleines Wölfchen. Nennen wir es jetzt mal, nennen wir unseren lieben Adam und, äh, wir haben hier ganz viele Informationen, ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt, deswegen kann ich euch das theoretisch auch selber erklären. Also, wir haben Essen, was wir sammeln müssen, indem wir entweder kleine Viecher töten, große Viecher töten oder am einfachsten Bären sammeln. Wir haben Skills, welche von unseren Genen beeinträchtigt werden, das heißt, wir finden nachher noch Weibchen, vielleicht auch Transen, die nach dem, Hauptsache Kinder, ähm, man darf ja hier kein, äh, ähm, Gender, kein Geschlecht annehmen. Wäre ja zu doof, wenn man denen sagen würde, ey, du bist Weibchen, gar nicht wahr, ich bin homo, transsexuell, mit einem Wahlverlobt. Das ist hier nicht ganz so schlimm. Also, wir haben Anime Skills, ähm, hier Movement Radius, was ganz Geiles, dann, wie viele Bären man auf einmal aufnimmt, dann die Stärke unseres Tiers und das Hörvermögen. Ähm, wir haben die Gene an sich, die vererbt werden können, die habe ich bisher noch nicht so wirklich, äh, durchgeblickt, weil ich bisher immer ziemlich schnell gestorben bin. Ähm, also, normale Schnauze, wir haben normales Hören, also Hören plus 1 sogar, äh, Stärke plus 1, Movement plus 1, solches Ding, wir haben Porn-Normal, also minus 2, Gathering plus 1, ähm, dann die Farbe des Felds, auch sehr wichtig, und Immunitäten gegen verschiedene Sachen. So, und das Wichtigste momentan für mich, weil wir müssen erstmal schauen, wie weit wir kommen, ist unsere Animal Age und Damage Display. Wenn das hier voll ist, also hier geht immer weiter da rechts rüber, wenn das voll ist, dann sind wir tot. Der Totenkopf kommt näher, sobald man Hunger hat und dann nichts gebacken kriegt. Was bei mir schon relativ häufig passiert ist, ich habe bisher maximal 30 Tage überlebt, äh, war nicht so schön. Ähm, ein Tag besteht aus 3 Aktionen, das heißt, ich kann mir zum Beispiel hier hinlaufen, ähm, dann geht eine Aktion weg. Dann kann ich gucken, was ist denn hier? Ah, verdammt, da ist nichts außer mehr Weg. Na, hier gucken, hier ist auch nichts außer mehr Weg. Das ist schlecht, den ganzen Tag gewastet. Jetzt sagt mir das Spiel, ey, guck mal, hier ist irgendwas Tolles. Das kann jetzt entweder ein Fresser sein, Fressling, oder aber ein Freund. Der Nuduk. Äh, Nuduk ist so ziemlich genau wie wir, hat bloß ein anderes Fell. Hätte ja sein können, dass er stärker ist, dass er größer ist, whatever. Äh, ist er nicht. Er ist genauso ein großer Lutscher wie wir. Das heißt, unser von Teufel besessener Satan hat jetzt nichts gut gemacht. Und das Schlimmste ist, er ist männlich. Denn, ich hasse Männer. Nein, wir brauchen Frauen. Ein bisschen Feminismus wäre hier ganz gut. Denn, ähm, wir haben, wir brauchen, wir müssen uns fortpflanzen, ne? Innerhalb von 20 Tagen sterben wir und das ist scheiße, wenn man dann keine Nachkömmlinge hat. Also, ein Event. Ähm, eine Dürre ist übers Land gekommen. Das heißt, Pflanzen können nicht neu wachsen. Was nicht so schlimm ist, weil wir keine Pflanzen bisher gefunden haben. So, ein Stein und nichts gefunden. Alles klar. Ähm, genau. Das hier ist jetzt ein Maul. Das heißt, Maulwurf. Ähm, den könnte man jagen, wenn man mindestens Stärke 2 hat, da wir allerdings zwei Lutscher in unserem Team haben, die alle keine Kraft haben in ihren Armen. Klappt das nicht. Nächstes Event, da wir so gut hören können, haben wir sogar jetzt schon einen unserer fressfreien Fälle entdeckt. Und, ähm, der scheint dort zu sein. Weil fressfreien entdeckt heißt, alles klar, das nächste Wackeln. Da sollte man nicht hingehen. Gucken Sie alle ganz gefährlich hin. Das heißt, äh, ich sollte mich davon entfernen. Das Spiel ist übrigens nicht nur so klein. Man kann auch dorthin. Und hier wackelt auch noch was. Komm ich aber nicht ran wegen dem scheiß Maul. Weil eins von den beiden ist hoffentlich ein Weibchen. Muss ja nicht beides, hoffentlich nicht beides ein Fressfeind sein. Und ab jetzt, genau, kam der Magen. Heißt, er hier hat sich schon einmal bewegt, ohne, ähm, Essen zu haben. Weswegen wir dort einen roten Punkt haben. Und somit sie ihm einen Tag geklaut haben. So, jetzt können wir so ein bisschen Berries sammeln. Besser als gar nichts. Oh, shit. Das ist jetzt schon mal, äh, ein Fleischfresser. Das ist nicht gut für uns, denn wir haben nur Stärke 1. Wir könnten hier jetzt angreifen, wo wir 1 Damage machen würden. Wie es uns steht, er hat 15 Life Points. Wenn wir ihn besiegen könnten, würden wir 10 Fressen kriegen. Aber unser kleiner Freundchen schafft das höchstwahrscheinlich nicht. Deswegen auf gut Glück haben wir hier das nächste Männchen gefunden. Nice. Drei Lutscher vereint. Die drei Musketiere. Wenn nicht gerade die drei Fragezeichen, weil ich keinen Plan habe, wie ich hier durchkommen soll. Ähm, ich suche mal auf gut Glück weiter. Man kann übrigens auch nichts suchen. Man kann einfach hier sagen End Day und dann hoffen, dass, ähm, man selber was Positives daraus kriegt. Wie zum Beispiel nicht sterben oder so. Weil wir jetzt Dürre haben, wächst das nicht nachher. Ansonsten könnte ich hier ein bisschen, äh, oh, ich kann den Busch sogar zerstören. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Gut, das heißt, ich muss nicht jetzt erstmal gegen den Fleischfresser behaupten. Jedes Mal, wenn ich das angreife, wird mein Leben um eins sinken. Ähm, was erstmal scheiße ist. Aber andernfalls werden wir verhungern. Und er gibt zehn Essen für den Stamm. Da oben kommt schon der nächste. Ja, das ist halt der Grund, warum ich noch nicht so lange überlebt habe. Ich habe bisher wahrscheinlich immer nur Bullshit gemacht. So, jetzt haben wir Essen. Und du hast noch eine Aktion. Die kann ich für nichts benutzen. Hoffen wir mal, dass da jetzt kein Fleischfresser rauskommt. Da ist gerade unser erster gestorben. Die anderen halten auch nicht mehr so lange durch. Okay, sei ein Weibchen. Yes, Izzy. Die kleine Izzy aus Sporn. Äh, die absolut gar nichts kann. Ein hilfloses kleines Weibchen. Aber wir haben keine andere Wahl, außer uns mit dir zu paaren. Und nehmen wir da Adam, oder... Ja, komm, Adam ist eh gleich tot. Du darfst deine freundlichen Samen direkt einmal ausbreiten. So, soweit ich das Spiel jetzt verstanden habe. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Ort, wo das Baby ausgetragen werden kann. Das heißt, wir müssen irgendwo, so schnell wie möglich, ein Nest finden. Ähm, was nicht ganz so einfach wird, weil wir ja schon ziemlich viel aufgedeckt haben und bisher nur Steinlandschaft da ist. Na gut, es ist schon keine Dürre mehr, weil sonst steht hier rechts. Ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger, das Event. Äh, wie gesagt, es gibt auch andere Sachen. Ich bin nie so weit gekommen. Keine Ahnung, was da noch so kommt. Es ist tatsächlich relativ schwierig, hier zu überleben. Ich bin froh, dass mich der Typ hier nicht komplett umgebracht hat. Och, komm, ich brauche ein Nest. Ich bin ein Nesthäkchen. Ähm. Das Gute ist, wenn wir einfach bloß... Was habe ich getan? Keine Ahnung. Wenn wir einfach bloß Endday machen, ähm... Geht halt so glücklich einfach weiter. So, wir haben jetzt eine Krankheit. Da keiner von mir wirklich so hart immun ist, müssen wir mal gucken, wer ist krank. Er ist krank. Dann darfst du auf jeden Fall nicht das Neugeborene anstecken. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Wir haben Rasi, das nächste Weibchen. Was sogar stark ist. Oh, endlich ein bisschen Stärke bei uns in der Armee. Damit können wir den Maulwurf töten, wie wir hier sehen. Stärke von zwei. Ähm. Dann können wir uns nicht durchlachten. So, genug erstmal erklärt. Ich versuche das mal selber noch so ein bisschen weiter zu suchen in der Zeit. Und hoffentlich kriege ich das irgendwie hin. Nein! Er hat seinen Sämen ausgescheidet und ist danach gestorben. Der arme, arme Kleine. So, ähm. Fuck. Oh! Das wollte ich gar nicht. Shit. Jetzt habe ich Essen verschwendet. Jetzt kann sie sich auch nicht bewegen. Warum kannst du dich nicht bewegen, Rasi? Das bringt mich zum Ausrasten. Oh, komm schon. Ja, hier. Das hier ist ein Nest. Dort kann sie jetzt gebären. Endday. Und dann können wir auch unser Rasi dorthin schicken. Oh, wir sind gerade eine kleine Frauengemeinschaft, würde ich sagen. Aber Rasi muss eigentlich so schnell wie möglich da unten hin, weil Essen. Angriff. Fast. Sehr schnell mal wieder fünf Food. Und ich glaube, das werde ich erst mal sparen. Obwohl, gerade ihr könnt ruhig in der... Was ist eigentlich unser Neues? Islana. Auch weiblich. Incess ist Wincess. Aber selbst das kriegen wir nicht hin. Hat aber... Ähm. Drei Bewegungen. Ich kann sie nicht mal anklicken gerade. Das heißt, wir suchen mal kurz. Oh, das ist sehr schön. Sie ist allerdings auch nicht wirklich stärker. Okay, das ist jetzt doof. Aber wir haben ja immer noch hier unsere Rasi, die hoffentlich schnell genug hochkommt. Du kannst dich einfach nicht bewegen. Das ist doch scheiße. Jetzt haben wir oben unser mögliches Essen, aber die sind beide zu schwach. Das ist... Das ist Bullshit. Ähm. Okay, das heißt, ich kann aber theoretisch Endday machen. Da verbrauche ich kein Essen. Nur Aktionen verbrauchen Essen, soweit wie ich jetzt mitbekommen habe. Ähm. Jetzt ist der nämlich da wieder gespawnt. Jetzt können wir da hingehen. Und das ist Essen schnell klappern. Also wir haben echt kein Essen. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Wir haben übrigens hier wieder, äh... einen Fleischfresser in der Nähe. Und wegen der Dürre wachsen die, äh... Streuchler immer noch nicht nach. Okay, dann schauen wir mal nach einem männlichen Gefährten. Der hier hoffentlich irgendwo auf uns lauert. Aber lauern ist doof. Lauern tun bloß die böse Wichte. Aber uns freundlich empfangen... Ach nein, nicht du! So freundlich nun auch wieder nicht. Hm. Guck mal, wir haben ja wieder Berries oben. Dann haben wir noch mehr von den kleinen Maulwürfen. Okay, und du kannst auch gar nicht sammeln. Ansonsten könnte man nämlich noch sehen, wie viele Bären die sammeln können. Aber... Na, hier. Hier ist eins zum Beispiel bei unserer Islana. Fuck. Übrigens, warum mich das Spiel so sehr interessiert, warum ich unbedingt das sogar schon in der Demo-Version spielen will, ist, ähm... Komm schon... Oh nein... Äh, ist, dass ich selber, wie manche wissen, schon mal ein Spiel programmieren wollte. Oh nein, meine einzige Chance zu überleben ist gerade dabei zu sterben. Das ist ungünstig. Und... Und... You're gone. Fuck! Ein Schritt weiter! Ja, so spielt die Natur manchmal. Tödlich gefährlich. Okay, wir müssen jetzt hier schnell... Sorry, Kleines, aber... Irgendwo muss doch ein bisschen... Strauch sein. Nein! Nein! Okay, hier ist irgendwas. Bitte, hilf mir! Du bist... Aber jetzt sterben wir nicht direkt. Und du hast sogar... Ein bisschen Stärke, um Leute zu töten. Das ist doch schon mal ausnahmsweise was Gutes. Und er zieht hoffentlich gleich ab, der Freundchen hier. Okay, sehr schön. Wir haben noch mehr Moles. Auch wenn du nicht mehr lange überlebst. Also, der Grund, warum ich das eigentlich spielen wollte, ist, ähm... Ich wollte jetzt erstmal ein Spiel programmieren. Und hab mir tatsächlich währenddessen... Warum bist du gerade wieder verschwunden? Man! Äh, überlegt, genau... So eine Art von Spielprinzip damit einzubauen. Also, ähm... Wo man halt... Verschiedene Tiere hat, die sich selber... Weiterentwickeln. Dort wollte ich es auch zufällig machen. Hier kann man es ja wirklich selber steuern. Wenn man mal einen Genpool hätte. Weil mein Genpool hat wahrscheinlich das Hans-Gen geerbt. Und bringt sich immer selber um. Anders kann ich es mir nicht erklären. Och Mann, wir haben zwei Weibchen. Wir haben hier effektiv den Hahn im Hennenkorb. Und können mit ihm nichts anstellen. Aber wenigstens kriege ich ein paar Bären. Das ist besser als gar nichts. Und du, mein Freundchen, darfst nächste Runde auch noch sterben. Und es regnet. Äh, lässt alle... Och nö, da ist noch ein Fleischfresser. Lässt alle Pflanzen wieder wachsen. Das ist toll. Das heißt, wir können erstmal ein paar Berries noch mitkriegen. Und mal das aufdecken. Es hat sogar gerade nochmal den Fleischfresser angezeigt. Was war das? Nein, sie ist auch krank. Hab voll die kranken Leute hier. Ach, noch mehr Bären. Grundsätzlich gut. Aber hilft mir halt gerade nicht viel. Okay, dann gehen wir mal kurz und sehen seine Richtung. Event. A wild male animal sneaked into the territory. It mated with one of the females. Wo? Wer? Was? Also erstmal sie hier. Wurde geraped. Alles klar. Islana ist schwanger. Passiert. So random mäßig. Warum nicht? Sollt erstmal das Kind kriegen. Das ist gut. Und ich vermute mal sehr stark, dass dann hier... Sie wurde von einem Stein geschwängert. Alles klar. Viel Spaß. Also ich will nicht urteilen. Wenn es ihr gefällt, dann soll es es doch machen. So, das kleine... Der Nunu. Er ist männlich. Die Zukunft unseres Königreiches. Da steht er. Nunu. Und... Tawan. Ich wette, der ist der Lustmäusch gewesen. Ähm. Und... Genau. Jetzt... Jetzt hab ich ein Game Pool. Jetzt kann ich mal gucken. Ähm. Die hier ist relativ stark. Kann ich relativ weit bewegen. Der hier viel weiter. Das heißt, wir könnten das weiter bewegen hoch machen. Ähm. Der hier ist recht stark. Warte mal. Ich hab sogar hier nochmal... Warte. Wir haben sogar Game Pool hier drüben. Ne. Pawn no. Und... Pawn no. Moved plus 2 und Gathering plus 1. Und du hast... Also der Nächste, der es auf jeden Fall bekommt hat, auf jeden Fall diese Pawns, würde ich sagen. Egal, ob es dominant oder rezessiv ist. Ähm. Was hättest du hier? Du hast auch Pawns, ne? Hier oben scheint das Dominante zu sein und das Rezessive, was man vielleicht kriegen kann. Da es hier dasselbe ist. Smelling plus 2 könnte ich durch dich kriegen. Und durch dich nicht. Dann würde ich sagen... Mache Liebe. Ah. Freie Liebe über... Ach du Scheiße. Okay. Sissi, du bist zwar krank und so. Aber, ähm. Du bist halt wirklich wieder mal die... Die Rettung von allem. Er hat nur eine Stärke. Eine Stärke. Gar keine... Du bist unsere Stärkste. Aber du hast ein Baby. Du bist schwanger. Oh Johnny. Das finde ich so nicht gut. Okay, du gehst auf jeden Fall hier hin, damit du brüten kannst noch kurz. Ja gut, dann müssen wir uns gegen den verteidigen, ne? Anders geht's nicht. Ich hab kein Essen mehr. Ähm. Das ist vielleicht etwas schlecht jetzt. Etwas ungünstig. Und du kannst dich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr angreifen, ne? Oh fuck. Warum muss da denn jetzt ein Fleischfresser kommen? Und warum hab ich nicht auf mein Essen geachtet? Wow. Jetzt bist du auch noch tot. Aber er kann gut sammeln. Duke hier. Wow. Es ist zu kalt. Deswegen hab ich eine Aktion weniger. Kann ich von den Typen eigentlich auch wegrennen? Ich mein hier unten. Der ist auch noch da. Ich kann nicht ewig wegrennen. Aber jetzt mal kurz. Ich hab auch kein Essen mehr. The fuck? Ich hab nichts mehr, um mich irgendwie zu schützen. Geh mal kurz weg. Ich glaub, das war auch wieder doof. Ja, ich hätt' angreifen sollen. Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung, weil jetzt ist meine Mentalwahn auch gleich tot. Das krieg' ich niemals hin. Vor allen Dingen ohne Essen nicht. Aber wie ist das? Alter, ist Duke hier schnell. Du kommst hier überall hin. Okay, dann darf Duke hier jetzt kurz ein paar Bären sammeln. Zwei Stück auf einmal. Das ist gut. Und du gibst dein Bestes, nicht zu sterben und ihn zu töten. Ich weiß halt nicht, wie man die Lebensanzeige sieht. Doch, das müsste auch die Anzeige da unten sein. Oh, vier noch. Okay, du sammelt zweiter Bären. Ach, wir werden angegriffen. Ja, ich sammle mal schön. Vor allen Dingen, das sind wieder zwei Männchen. 30 Tage. Wuhu, ich habe zehn Gene. Erlangt. Vielleicht habe ich das Spiel noch nicht komplett verstanden. Aber ich habe zehn Gene erlangt. Ich bin... Gene Unlocking. Okay. Ähm, wow. Das habe ich einfach draufgelegt. Ich konnte mir jetzt Claws machen. Lean Body. Ähm, das brauche ich. Ich brauche auf jeden Fall Stärke. Hören, das sind immer ganz geil. Und Seagging hatte ich auch noch nie. Guck mal, erstmal... Keine Ahnung, was das bringt. Insoweit habe ich das Tutorial noch nie gespielt. Ah, hier sind Achievements. Okay. Breed a Big Booty. Oh yeah. Big Booty. Und Big Nose Animal. Okay. Ich habe ja noch nicht alles gesehen. Deswegen ist ja auch noch so ein bisschen Let's Test mäßig, dass ich hier auch selber mich erstmal einfinden kann. Aber Nunu. Du machst das. Näh, näh. Hast du drei Aktionen zufällig? Nee, auch nur zwei. Ähm. Dann sammle es weiter Beeren. Viel Spaß dabei. Und da ist unsere nächste Chance auf Überleben gestorben. Mal so schnell nebenbei. Aber wenigstens den Typen haben wir getötet. Das sollte jetzt für eine Weile reichen. Und Duke hier sollte vielleicht nicht sterben. Hier drüben hat es auch noch geraschelt, ne? Nein, hier drüben. Verdammt daneben. Komm schon. Duke hier ist zwar männlich, aber von mir aus kannst du gern befruchtet werden von einem random Typen. Du, Duke. Ich hab Hörner. Da kamen meine neuen Gene rein. Theoretisch soll es halt auch noch Mutationen geben. Jetzt verstehe ich, wofür die Gene da sind. Ah. Das erklärt, warum ich bisher noch keine Mutationen hatte. Also wie gesagt, ich probiere das Spiel halt aus. Ich weiß natürlich, ob es cool ist. Ich finde es bisher recht amüsant. Sagen wir es so. Es ist noch nicht das perfekte Spiel. Aber man kann auf jeden Fall einiges an Zeit damit totschlagen. Gerade wenn man versucht, sich da irgendwann wirklich mit Genen voranzutreiben. Ich brauch vor allem immer noch ein Weibchen. Oh, das sieht schon mal irgendwie vielversprechend aus. Denn, oh, er kann sogar angreifen, Duduk. Klar, er hat Hörner. Er hat Hörner. Natürlich ist der Schlag. Oh, sieh mir. Ist wieder ein scheiß Weibchen. Und natürlich deckst du so einen Typen auf. Oh, Mensch, Sine. Bist du von Sine hin. Oh, ein Stein. Du gehst wieder Bären pflücken. Du gehst da. Also, du kannst dich auch nicht bewegen. Wie soll ich dich denn dann da wegkriegen? Egal, Duduk macht das. Das Mädchen Duduk gibt kurz seine Samen ab. Und geht dann in den Angriff, sein Weibchen zu beschützen. Da kommt ein Zweiter. Alter, lasst mich doch mal in Ruhe hier. Egal, ich sammle Bären. Du sammelst für deine neue Frau, dessen Kind dir nicht gehört, schon mal ein paar Bären. Ich bin sicher, du schaffst das. Jetzt wird der wahrscheinlich angegriffen. Das heißt, es müsste seine Leiste hochgehen. Oh, der Typ hier ist stark. Ähm, genau. Der hat noch neun Leben. Ich noch, da hat er sechs. Oh, das wird verdammt knapp. Aber das könntest du zumindest schon mal so ein bisschen Fleisch noch mitholen. Und du schaust da mal weiter. Vielleicht finde ich irgendwo noch was anderes Neues. Wäre auch ganz schön. Was bist du? Und du kannst dich sogar bewegen. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Besser als gar nichts. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne mit Duduk nochmal die Gene weiter verteilen. Aber das kriegst du wahrscheinlich nicht hin. Egal, zweimal Angriff. Da haben wir noch hiervon was. Ne, die müssen sich erstmal... Wahrscheinlich muss die erstmal wieder trächtig werden. Das wäre eine gute Option. Okay, schauen wir mal weiter. Jetzt gehen wir wieder ins Gebiet. Ich weiß halt auch noch nicht, ob wir die verschiedenen Gebiete auch verschiedene Leute beinhalten. Kann ja sein, dass hier im Schneegebiet diese Wölfe sind. Hier in dem Grasgebiet nochmal andere. Und da gibt es ja auch noch Savanne. Also, müssen wir da mal schauen. Wie sieht es mit dir aus? Ja. Du siehst nicht gerade gut aus. Aber, aber wir können schon wieder Sex haben. Yes. Denn wir bräuchten demnächst mal wieder ein Männchen. Aber du kannst dich auch noch einmal bewegen. Warte. Dann darfst du nachher dein Ding raushauen. Ich finde es übrigens voll geil, wie die Geschwanger-Animation aussieht. Einfach nur so ein dickes... Ja, wie heißen die Typen? Känguru-Beutelchen da dran. Ist irgendwie voll nice. So. Duduk und Duk hier. Ihr müsst euch weiterhin die Frauen teilen. Und du darfst auf jeden Fall weiterhin noch ein bisschen Essen sammeln. Denn ich hoffe mal, dass das hier ein Männchen wird. Weil, wie gesagt, Inzest ist Winzest. Also, klappt das bestimmt irgendwie. Und du darfst noch zusätzlich Essen sammeln. Obwohl mit dir vielleicht sogar ein Angriff gar nicht so doof gewesen wäre. Obwohl ja in Wille der Fleischfresser ja auf mich aufmerksam wäre. Das ist auch doof. Oh, du bist erleuchtet. Obwohl das voll creepy aussieht. Ich kann leider nicht näher heranzoomen. Aber du bist dann voll creepy. Ach, weil du mich gar nicht anguckst. Okay. Das ist das Problem. Ich habe jetzt wieder 24, 25 Gene. Das heißt, jetzt könnte ich mir wieder ein neues holen. So, große Ohren. Noch mit der Anlacke gehen. Ach so. Jetzt kostet es 30. Verdammt. Dann habe ich doch noch nicht genügend. Aber wie siehst du aus? Anlacke ist auch weiblich. Okay. Wäre nichts sagen. Aber du, Kier. Du musst jetzt deine Männlichkeit beweisen. So gut, wie du es halt kannst. Spritzt so viel Männlich da rein, wie nur geht. Und ich bin zufrieden. Ansonsten hätten wir Probleme. Dann sind wir wieder eine Weibchenfamilie. Aber zumindest geht es mir momentan ganz gut. Wenn jetzt nicht demnächst wieder irgendein Fleischfresser um die Ecke kommt, bin ich mit dem, wie es läuft, sehr, sehr zufrieden. Das ist bisher mein bester Run. So, noch ein paar Bären mitnehmen. Alles schön, alles gut. Gut, dass der sich auch wegbewegt. Er hat gesehen, wie sein Kumpel getötet wurde. Und ist es einfach abgehauen. Weil, well, why the fuck not? So, du kannst ihn nochmal mit töten. Ein bisschen extra Essen für dich. Wenn das Essen schon per Haus geliefert wird, kann man es auch annehmen. So weit war ich noch nie. Ob ich da drüben überhaupt angepasst bin? Das ist die wichtige Frage. Ja gut, dann Endday. Du bist auch voll groß, Sieme. Kannst du mal das Großheitsgen mit übertragen? Oh, der sieht groß aus. Das ist kaltere. Ist auch weiblich. Alter, du Kier, was habe ich dir gesagt? Männlichkeit da rein. So viel Männlichkeit, dass jeder Feminazi anspringen würde. Und da kannst du sogar langsam mal da rüberlaufen. Obwohl, das ist zu weit. Egal. Deine Kinder werden uns nach vorne treiben. Also, sie werden getrieben eigentlich von Dukir. Dukir könnte jeden ein... Alter! Jetzt geht's los. Wartet, warte, warte. Ich habe voll egal die Idee. Jetzt geht's los. Jetzt darf Dukir mal zeigen, wie Mutation entsteht. Halt, wie gesagt, durch Inzest. Hier einmal. Und... Da kommst du nicht durch, ne? Na, kommst du dorthin? Jo, dann hier nochmal. Alter, der kann. Der liegt los. Überall sagt er, das ist meins. Und irgendeiner davon muss doch jetzt verdammt nochmal männlich sein. Ähm... Jetzt nochmal zu den Bären. Obwohl, du könntest eigentlich auch noch Käusere einmal befreunden. Überall hört er seinen Lümmel rein. Der Harem von Dukir. Wesenst du, er sollte seinen Spaß haben. So, du gehst da rein. Ähm... Sieh mir, du siehst irgendwie anders aus als gerade eben. Denke ich zumindest. Und wir haben ein Männchen! Ein gutes Männchen. Denn unser Männchen Kyoku hat Sachen, die ich nicht angucken kann, weil... Das nicht bleibt. Egal. Ähm... Du bist trächtig. Du bist noch nicht trächtig. Käusere, da fehlt noch was. Aber ihr könnt nicht, weil sie noch nicht ausgewachsen ist. Das verstehe ich natürlich. If her age is on the clock, she isn't ready for the cock. Also, muss sie noch ein bisschen warten. In der Zeit könnt ihr schon mal weiter gucken. Du gebärst. Du gehst schon mal... Zusammen sind noch ein paar Bären. Wenn du einmal daneben stehst, zwischen Gebären und Bären, macht jetzt keinen so großen Unterschied. Ach, warum bist du krank? Kyoku! Wie gesagt, du bist die Zukunft! Okay, da hast du auch wieder das Porn Normal mit drin. Du hast Big... Booty Big, genau. Mit minus 5 Temperatur preferred. Äh... Und natürlich, die Nase wird auf jeden Fall mitgegeben. Das ist gut. Irgendwo wackelt auch die ganze Zeit krass. Das höre ich. Das heißt, da sind auch nochmal bewegliche andere mit dabei. Aber wir haben neue Gene. Wir nehmen Big Ears. Haben wir große Nasen und große Ohren. Das ist doch schon mal was. So, du darfst jetzt hier rauskommen. Ähm... Männlich. Du machst dich schon mal bereit, die nächste Generation zu zoigen. Das war die falsche. Fuck. Egal, wir müssen noch ein bisschen essen und gehen wieder raus. Ihr könnt immer noch nicht. Aber Dukia ist doch gleich tot. Ähm... Warte, dann darfst du das mal weitersuchen. Hast gerade ein Kind bekommen. Musst leider für das Volk nochmal weitersuchen. Und Dukia darf nochmal sein Bestes geben. Ich weiß, du schaffst das. Und das war's? Ja, das war's. Dann darfst du dorthin gehen. Ähm... Irgendjemand sollte demnächst wieder anfangen, Essen zu sammeln. Denn wir haben nicht mehr allzu viel. Aber so viel hatte ich noch... Och, der nächste ist krank. Also, nee, warte. Die Krankheit schwächt sich bloß. Okay. Also, wir brauchen erstmal Bären. Es gibt leider nicht allzu viel hier. Du hast Stärke. Das heißt, du kannst hier... Ich soll mich vielleicht beim Namen ansprechen. Das verbindet so ein bisschen mehr Käusere. Ähm... Und ich sollte auf jeden Fall die großen Nasen und die Hörner so gut wie möglich, ähm... weiterführen. So, kannst du gut sammeln... Also, Kirku kann ich sammeln. Ist aber auch männlich. Und jetzt sehen wir, müsste ich im nächsten Mal... Oh, du kannst weich gehen. Nuro. Nuro ist gut im Laufen. Nu, das gefällt mir. Ähm... Kann aber hier nix erkunden. Okay. Also, kannst du zumindest nachher noch mal ein paar Bären sammeln. Apropos Bären. Ich glaube, sammeln wäre gerade allgemein sehr geil. Ähm... Ja. Hast du Stärke? Ja, du hast Stärke. Sehr schön. Dann sind wir auch hier bereit. Und du darfst dein nächstes Kind bekommen. Ah, tausende von Babys. Oh, nein. Hoffentlich hoffen wir es uns dagegen zu wehren. Warum fehlt denn bei dem auch schon wieder eine Aktion? Bei ziemlich viel fehlt eine. Liegt das an der... Too hot. Ah, da steht es. Man muss bloß lesen können. Das heißt, manche von mir sind an die Hitze gewöhnt. Die anderen nicht. Alles klar. So, du darfst auch noch mal ein paar Bären sammeln. Und jetzt brauche ich meine starken Leute. Ein Fleischfresser würde sich nämlich gerne mit uns anlegen. So, du bist zwar ein bisschen langsam, aber bis hin kommst du trotzdem. Und hilfreich, wenn du einmal da bist, bist du auch. Ich sage, wir fangen nächste Runde an anzugreifen. Kannst du nämlich... Der auch nicht sammeln kann. Du kannst sammeln. Sehr schön. Wie heißt du? Nuro. Nuro kann weit laufen und gut sammeln. Sehr gut, Nuro. Du gefällst mir. Du kannst dich auch bewegen. Gut, dann Endday. Dann sollte Kirkou langsam mal wieder genau in das Gebiet gehen. Da sollte es ihm nämlich wieder passen. Sehr schön. Dir ist auch zu heiß. Du hast aber auch Stärke. Das heißt, du kannst auch wieder in die Richtung gehen. Das ist sehr gut. Und hier mal gucken, dass da ein Stein ist. Ach, wie toll. So. Auf geht's. Vernichten wir den Eindringling. Schön, dass meine weiblichen älteren Damen sich des Eindringlings annehmen müssen. Nicht etwa die Leute, die die ganze Zeit hier rumhängen. Die Männchen oder so. Oh nein. Das wäre ja zu einfach. Oh, wir könnten die nochmal alles klar mit dem Kampf nehmen. Nehmen wir es noch von hinten. Warum nicht? Wenn es läuft, dann läuft es. So. Ähm, du, dir wäre es sonst zu heiß. Deswegen habe ich das hingestellt. Du kannst hier halt nichts machen, ne? Dann kannst du es da drüben irgendwann versuchen zu sammeln. Und du guckst hier immer noch weiter. Ich glaube, wenn wir eine Fleischpresse haben, kriegen wir auch nochmal ein bisschen was gut geschrieben. Und du machst schon mal das Nest frei. Du bist kein Nesthähnchen, Rock Hero. Du nicht. Ähm, und der könnte eigentlich gleich nochmal die nächste mitnehmen. Doppel Penetration. Läuft bei ihm. So. Jetzt haben wir leider jemanden verloren. Das ist nicht so toll. Ich hätte vielleicht erst das Essen holen sollen und danach versuchen sollen, meine Leute zu bewegen. Aber das wäre ja zu schlau gewesen. Verdammt, das reicht nicht, ne? Oh, fuck. Ähm, das sollte dann aber reichen. Ja, sehr gut. Das war mehr schlecht als recht. Aber okay, viel Spaß dort. Und langsam sollte ich wieder anfangen mit meinem Essenshaushalt irgendwie zu hantieren. Das geht so schnell weg, wenn man so viele Leute hat. Oh. Och nein, da kommt der nächste. Obwohl, wäre ich das sogar gar nicht so schlecht. 50 Tage, 10 Gene. Yes. Okay, jetzt läuft es zumindest. Warum bist du eigentlich schwanger? Warum bist du schwanger? Ich, ich, äh, okay. Nicht hinterfragen ist halt so, ähm... Du sagst nochmal, dass ich erst damit... Das ist gut, jetzt kommen die ganzen Maulwürfe raus. Das hilft. Okay, dann. Rocco, Kirky und Nuro. Meine männlichen Genossen. Also alle, die mit anderen Worten einfach mal zu doof sind anzugreifen. Weil bei mir sind die Frauen das starke Geschlecht. Ihr dürft euch schon mal ganz freundlich diesem Fleischfresser nähern. So Stück für Stück ein bisschen einkreisen. Und währenddessen mal gucken, was es da sonst noch so gibt. Äh, Kirko kann auch kämpfen. Oh. Ähm, das heißt, du gehst auch mit dorthin. Ich glaube, wenn ich selber diese Fleischfresser anfange zu jagen, läuft das im Endeffekt besser für mich. Ähm, okay. Okay, das reicht erstmal für heute. Komm zu mir. Och, was ist denn mit euch los? Warum seid ihr krank? The immunity can lead to sickness. Ja, ja. Das sehe ich gerade. Wie krank die Leute sind. Okay. In der nächsten Runde könnt ihr alle angreifen. Wie sieht's mit dir aus? Du kannst auch nix außer dich halbwegs weit bewegen. Aber den können wir eigentlich aus dem Gamepool raus entfernen. So langsam muss ich nämlich auch schauen, dass es hier gerade so gut läuft, wer im Gamepool drinnen bleiben soll und wer nicht. Komm schon. Nein! Da soll doch gerade mein kleines Jüngchen geboren werden. Beschütze die Jungen. Ah, nice. Fakit. Okay, Isana, du kannst auch bloß sammeln. Du könntest noch angreifen, wenn du weit genug kommst. Aber du kommst von keiner Seite ran. Ach du Scheiße. Doch, da, da hin. Immerhin. Ähm. Ja gut. Damit die da oben in Ruhe kämpfen können, kann ich hier unten schon mal in Ruhe angreifen. Beschütze ich halt in alle Richtungen, so weit wie es geht. Ach, die sind alle krank, deswegen könnt ihr nicht so häufig angreifen. Boah. Egal, das Rudel geht los. Das ist schon mal etwas. Ne, warte, ich hab sie vorhin alle schon bewegt, ne. Fuck, das war doof. Hätte die nächste Runde angreifen sollen. Egal, dafür... Ja, ne. Ihr habt keine andere Wahl. Ihr seid die, die angegriffen werden. Äh, warte, eine extra Runde... No, natürlich nochmal Beeren. Was denn auch sonst? Okay, brauche ich noch ein bisschen essen. Ach, guck mal, wir werden angegriffen. Ich pflücke Beeren. Scheiß auf die Jünglinge. Oh no, der killing the younglings. Auch too hot. Dann müsst ihr halt hierbleiben. Ich glaube, ich versuche langsam mal ein bisschen auf meine Leute wirklich zu achten. Du hast auch gute Nasen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist sogar gut. Ha, 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 ha. Du darfst nochmal weiter sammeln. Und ich glaube, ich sollte bald mal wieder Kinder kriegen. Also, da werden sich die Frauen wieder freuen. Die Männer sind wieder räudig. Wer darf hier eigentlich noch? Wer hat noch eine Runde frei? Ansonsten endet das doch automatisch. Ah, du hier. Du hast noch Beeren vor dir. Na gut. Nein! Da musste Ducro allein überleben. Okay, Ducro, du gehst aus dem Weg. Während die Erwachsenen jetzt mal kurz das Ding hier regeln. Irgendwie werden die das bestimmt hinkriegen. Sehr toll. Mal ein bisschen sammeln währenddessen. Ähm. Dir geht's hier ganz gut. Das ist schön. Das heißt, du kannst auch hier bleiben. Du, äh. Es ist immer noch zu hot. Das heißt, ich verteile auch mal meine Population so ein bisschen. Da kann ich nämlich überall gleichzeitig sammeln. So, dir geht's hier gut. Das heißt, du könntest hier schon mal suchen. Hab ich hier irgendjemanden dabei? Du kannst sogar richtig gut Beeren sammeln. Alles klar. Dann mach das doch mal schnell. Wie sieht's mit dir aus? Du kannst nur gut riechen. Was unbedingt schlechtes ist. Aber da sind die Beeren gerade wichtiger. Bitte sei kein Fleischfresser. Oh, sie ist. Sie kann gut sammeln. Ja, äh. Dann ist Kirko gut. Kirko hat sehr viel, ne? Dann nehmen wir nochmal Kirko als guten Freund von dir. Friends with Benefits. Äh, und dann musst du da oben leider gewehrt. Ist eine Weile weg. Aber ich weiß, du schaffst das. Sehr toll. Ähm. Das hab ich natürlich Kirko's Hörner nicht vererbt. Noch nicht. Ähm. Aber dir geht's hier auch ganz gut. Das heißt, ich glaube, ich hab so langsam meine Population so ein bisschen wie getrennt. Wenn auch nicht komplett. Ich hab sehr wenige, die wirklich, ähm, irgendwo anders leben können. Außer in der kalten Region, ne? Das ist ein bisschen schade. Okay. Ähm. Oh, die Frage. Haben wir noch jemand? Ah, du kannst dich noch bewegen. So, Kirko's letzte Aktion. Aufdecken. Oh, ein Stein. Ein Stein steht im Weg. Da oben hat sich grad irgendwas geschüttelt. Okay. Ähm. Das heißt, dir wär hier wahrscheinlich zu heiß, ne? Ja, genau. Oh, natürlich. Kommt die nächsten Bad-Ase wieder. Immer der Ass steht mir im Weg. Okay, und du kannst dich halt überhaupt nicht bewegen. Du bist so halbwegs stark, aber ansonsten leider absolut unnütz. Ich hab kein Essen. Gut, dass ich hier wieder Leute habe, die nicht sammeln können. Und die auch noch schwach sind zugleich. Grandios. Außer dich. Du bist echt gut. Also, dich soll ich behalten. Nuro. Und, na okay, Ismera kann zumindest gut riechen. Mit etwas Glück habt ihr schöne Kinder. Ich brauche nur sein wirklich Glück. So, und du guckst dir mal die Steine an. Unten im Baum. Grandios. Nuro ist leider bloß nicht stark. Ich kann aber sehr gut schon mal einen Platz für dich frei machen. Das ist zum Glück nicht das Problem. Ähm. Und du, du kannst auch nichts. Außer ein bisschen hören. Schau mal, ob du da durchkommst. Ah, nein. Noch mehr Bärenschen im Weg. Fuck. Jetzt kommt die Krankheit immer stärker. Das ist zu hot, zu hot, zu hot. Deswegen kamen die alle in der Aktion weniger. Ich dachte, sie würden gut... Ach, nee. Hier drüben ist auch noch Schneegebiet. Oh, das wusste ich nicht. Ansonsten hätte ich mich da vielleicht ein bisschen wie drauf einstellen können. Aber das war dann wohl nichts. Oh, du, mein Kleiner. Äh, Rockcrete. Dich rette ich zumindest. Und, äh, Isana. Ja, komm, auf geht's. Sammeln mal kurz für alle ein bisschen Essen. Du warst der gute Sammler, ne? Okay. So langsam lerne ich auch meine Leute kennen. Wunderbar. Schöni, döni. Ich weiß gar nicht, weil ich so wirklich erzählen soll, was hier Witziges rauskommen sollte. Bisschen das Problem. Och, komm schon. Drei gegen eins. Bitte sterbt mir nicht alle weg. Die ist eigentlich gerade verteilt mit... Warte, ich hab immer noch meine Leute. Ach so, klar. Die sitzt da und brütet. Ah, was soll ich denn jetzt hier machen? Außer rumbrüten. Der kann sogar ziemlich weit bewegen. Hat der nicht angegriffen? Okay. Äh, und der Kleine? Der, ähm... Hat... Dasselbe wie seine Mutter. Ah, ne, warte. Ich bin bei Rockcrete noch. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich abwägen kann. Egal. Der darf nicht tiefer bei uns eindringen. Haha, er hat eindringen gesagt. Hehe. Ähm, und dafür muss jetzt auch mal Isana mit sorgen. Die steht gerade zufällig so gut hier. Haben wir auch wieder essen. So, Isana, was hast du im Vergleich zu Dukro? Eigentlich nix. Habe ich irgendjemanden hier, den ich wirklich weitermachen will? Sissi hat viel. Okay. Ähm... Sissi kann halt gut sammeln. Ich hab kaum noch Leute, die gut sammeln können. Deswegen, äh, würde ich sagen, dass Dukro und Sissi, ne, Nuro und Sissi auf jeden Fall, wunderschöne Kinderzeugen werden. Allgemein, Nuro gefällt mir am besten. Er hat sowohl Sammeln als auch Bewegung, als auch Essen. Und Hören. Okay. So, Rockcrete, du bist eher der, den ich losschicken kann zum Untersuchen. Du, du bist was ganz Besonderes. Du untersuchst jetzt einfach mal alles, was so hier in der Nähe ist. Damit wir mehr sehen. So, du kannst wieder Beeren holen, auch wenn das wieder nicht viele waren. Ähm... Genau, du kannst... Eigentlich jetzt schon... Ne, du kannst jetzt noch nicht anfangen, weil hier zu viele Leute sind. Du kannst schon mal anfangen, das frei zu machen. Hier, du fängst schon mal an, wieder ganz viel freie Liebe zu gebären. Du bist zu schwach, Isana. Dann gehst du dann nachher abbauen. Und du kannst schon mal gebären. Sehr toll. Nächste Generation incoming! So, mehr oder minder. Auch wenn die Eltern schon wieder unglaublich... Äh... Krank sind. Aber gut. So, viel Spaß mit ihm. Das Alpha-Tier wurde gefunden. Und so wird auch das Alpha-Tier behandelt, als wäre es ein Alpha-Tier. Es ist zwar der kleinste, aber der beste. So, du darfst hier gleich mal ein bisschen Essen für uns alle sammeln. Zumindest so ein bisschen... So, geht's... Hier geht's wahrscheinlich auch hier scheiße, ne? Ne, Ismera kann nicht in die Hitze. Verdammt! Ach, Mann. Okay, Isis. Legt hoffentlich den wenigst keine Bomben. Das wäre eher ungünstig. Darfst aber dann wieder Essen holen. Und du stehst sogar direkt daneben. Kannst aber nicht. Dann muss ich jetzt sogar nochmal Endday machen. Ah, fuck. Aber wir haben nochmal neue Gene. Immerhin. Äh, Berrypaw. Gathering plus 2. Das klingt gut. So, du bist leider auch nicht stark. Du kannst auch bloß sammeln. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese guten, seltenen Gene absolut beschissen vererbt werden. So, du bist halt der mit den Hörnern. Das ist halt der große Vorteil an deiner Stärke. Aber... Wieso schicke ich dir immer die Hitze? Ich wollte die doch ordentlich aufbewahren. Aber hier gibt's halt kaum noch was. So. Rihanna. Rihanna, mein Freundchen. Du kannst immerhin schnüffeln. Was auch immer mir das hilft. Hab ich noch nicht rausgefunden. Aber als Schnüffellady darfst du hier weiterhin erkunden. Du darfst dich erstmal... Warte. Nee. Du darfst dich dorthin wälzen. Du gehst dort rein. Und die sind halt wieder beide zu schwach. Ich glaube, nur die mit den Hörnern haben wirklich genügend Stärke. Weil die halt Plusstärke haben. Klar, aber... Ich hab keinen, der natürlich stark ist. Bitte... Bitte... Bitte sei kein Fleischfresser. Yes! Rotata! Rotata ist stark! Rotata hat Klauen und einen leicht verdrehten Fuß. Okay. Warum nicht? So, da kannst du hier schon mal nochmal ein paar Bären sammeln. Auch wenn du da nicht gut drin bist. Und du wieder falsch stehst. Ah, okay. End day. Ich sollte anfangen mir zu merken, dass so das erste Stückchen Land in der Nähe immer noch zu dem anderen gehört. Also, da wo ja das jetzt hoch geht, dass das immer noch halt kalt ist. Logischerweise. Es wird ja nicht plötzlich bei eins weiter weg warm. So aus heiterem Himmel. Das wäre schon ein bisschen creepy. So, du kannst nämlich sammeln. Du kannst sogar in die heißeren Gebiete gehen. Seas ist gut darin, sich anzupassen. Warte. Seas... Warte, ich darf nochmal drüber gehen. Preferred Temperature ist nicht minus zwei. Steht sogar an den Genen mit drin. Jetzt, wo man es weiß, sieht man es auch. Das heißt, irgendwann würde ich auch anfangen, die Gene zu erkennen. Das heißt, du hast hier... No Pons. Ja, da. Preferred Temperature. Da, das ist das. Das Zeichen zwischendrin. Was als Unterschied einfach bloß eine Größe hat. Okay. Und kleine Größe ist mehr. Temperaturmöglichkeiten. Okay. So. Wenn du sammeln kannst. Wieso kannst du nicht da sammeln? Die kann. Du... Ah, du hast die Fähigkeit gar nicht. Oh, ja. Das hätte ich vielleicht auch sehen können. Gut. Man muss halt ziemlich viel aufpassen. Es gibt ziemlich viele Variablen. Vor allem, wenn man immer mehr Gene hat, immer noch mehr Variablen, die man beachten muss. Um seine eigene Herde groß und stark zu machen. Und es ist, glaube ich, gar nicht so gut, von allem nur eins zu haben. Sondern man sollte wirklich anfangen, mehreres zu machen in jede Richtung. Und die zwei wollen keinen Sex haben. Ist die wahrscheinlich noch zu klein. Wie es halt so spielt. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen um uns hin und her gelaufen. Ist in dem Spiel tatsächlich ungünstig. Aber du stehst gut. Koizera, das machst du toll. Einfach so noch Leute töten. Ähm, und ansonsten... Stimmt, wir haben hier Ruttata, der nicht weit gehen kann. Der auch nicht sammeln kann. Aber zumindest so ein bisschen Stärke hat, weswegen er hier anfangen wird, alle möglichen kleinen Tiere zu schlachten. Und hier nehmen wir eins gewesen. Alles klar. Erstmal die Typen im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste. Obwohl, eigentlich in die Berge schicken. Nur, damit sie dasselbe machen können, was sie auch einen Schritt daneben tun hätten können. Ah, okay. Ich glaube, wenn vorhin sich dieser Lustbold nicht in mein Gebiet reingeschlichen hätte, wäre ich jetzt sowas von tot. Ja, Takiano! Du kannst tatsächlich, äh, sammeln. Ich bin überrascht. Und Strength plus eins, Movement plus eins. Und du hast keine Kältefreundlichkeit. Und hast du was, Nudefanks. Das war jetzt rezensives Gen, aber du hast es. Sehr schön. Das heißt, du, mein Freund, gehst mit zur Gruppe der Erkundung außerhalb der Gebirge. Du, dir ist kalt, ne? Genau. Du magst kalte Sachen. Das heißt, du bleibst hier drin. Schnackst dir nochmal kurz den Maulwurf. Okay, Sianna. Sianna, äh, bist du wie deine Mutter? Ähm. Nein, du bist anders. Du magst die Wärme. Zumindest die Laube am Temperaturen. Das heißt, du gehst mit nach oben. Von der Mutter getrennt. Wie schade. Ähm. Und du bist fast tot. Ähm. Ja. Ismera, ich glaube, du musst dann, auch wenn ich dich aus dem Gamebo notfalls rausnehmen würde, so darfst du noch weiterhin dich vermehren. Bin ich nicht nett zu dir? Du darfst so tun, als wenn du noch sinnvoller wärst. Also zumindest, äh, die Krasse da oben weiter auferstehen lassen. Ich weiß halt immer noch das kalt und das in Ordnung. Ich glaube, das mit dem in Ordnung geht auch in jede Richtung. Ach, guck mal, erst mal hier, ähm, die zwei sind sich jetzt näher gekommen. Aber ich glaube, Rotata, mit seiner geilen männlichen Klau, die da abgeht, äh, hat sehr viel mehr Spaß daran abzugehen. Also Rihanna mit dem männlicheren Teil, mit dem Iro-Käsen. Ich meine, allein wegen dem Iro ist er schon männlich hoch. Drei. Damit würde sich also sehr viel Spaß ergeben und du gehst dann da rüber. Okay, dann kannst du jetzt weitergucken. Wir haben sehr viel Essen. Komischerweise, ach man, warum schicke ich dir immer weg von den Feldern? Ich sollte erst suchen und dann dahin weiter überlegen. Ähm, guck mal noch das an. Nein! Wackelt, Rockrit. Das ist jetzt nicht so toll. Ähm, ich hatte beinahe eine große Bildung zu dir aufgebaut. Weil er jetzt alleine da steht. Oh, scheiße. Hier auch nochmal. Oh, und er ist tot. Well, fuck. Der hat direkt neben dem Nest gelauert. Zum Nachhinein. Oh nein. War hier nicht ein Schwangere? Sie konnte ihr Kind nicht mehr gebären. Auch scheiße. Wenn man kurz vor der Geburt stirbt. Währenddessen ist ja auch nicht gerade schön. Aber kurz danach ist dann auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht. So, du könntest jetzt fröhlich mit deinem Kind hier rumlaufen. Aber fick dich. Es stirbt mit dir in deinem Bauch. Muhahaha. So. Du kannst auch nochmal ein paar Berries sammeln. Obwohl, du bist eher so erkundungsmäßig. Yay, sie hat einen Stein entdeckt. Okay, das mache ich jetzt mit dir. Du bist halt echt so ein Problem. Allerdings habe ich hier zwei Leute, die gut angreifen können. Und einer davon hat sogar seine Gene schon weiter vermacht. Also. Oh, nee. Du kannst gar nicht angreifen. Du kannst so tun, als wärst du nützbringen. Sehr schön, Rock Rake. Sowas gefällt mir auch. Zwar nichts gönnen, aber so tun als ob. Und bitte keiner. Yes. Wir haben noch einen Nukiri gefunden. Drei Sammeln. Eppig. Ich liebe dich jetzt schon. Ein Männchen. Ist mir egal, ich liebe dich trotzdem. Hashtag noch Homo. Dann passt das schon. Du bist auch nicht stark. Okay, ich glaube, auch wenn ich manche Leute mehr mag, als ich sie mögen sollte, sollte ich wirklich anfangen, nach Stärke demnächst zu urteilen. Was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, aber was ich jetzt auch wirklich immer mehr so meine. So, dann haben wir nämlich auch den da. Wunderbar. Okay. Das heißt, was hat der hier Gutes? Der hat wenig Bewegung, aber sonst guten Angriff. Das soll doch ein bisschen auf die anderen Gene achten, ne? Ist mir egal. Du bist die, die am nächsten dran ist, also darfst du ihn jetzt ficken. Bitteschön. Das würde ich auch ganz gerne, äh, ne, Rokorik. Der hat halt gar nichts. Der hat halt wirklich absolut gar nichts, was man irgendwie gebrauchen könnte. Tut mir das sehr, sehr leid für dich, aber, ähm. Okay, ah, man muss auch auf die Buchstaben achten. Das heißt, Inzest ist gar nicht Winzest. Die kann ziemlich schnell schief gehen. Wie im Echtenleben hier. Wuh, okay. Gut zu wissen. So, du hier. Du warst Biest im Sammeln. Ähm, Siana ist zwar noch nicht erwachsen, aber das ist dir, glaube ich, egal, so wie ich dich jetzt mal einschätze. Ah, ne, die ist eh gleich tot, ne? Verdammt. Ah, wir haben hier drei willige Weibchen. Okay, äh, fast drei willige Weibchen. Wow. Da freuen sie sich sogar. Wow. Schön, dass du da bist. Wow. Sie bellen für dich. Und hier geht's keinen Weg durch, ne? Na gut, dann müssen wir sie schnell hier rumbringen. Einmal schön in die Mitte platzieren. Liebe Nummer eins, Liebe Nummer zwei und Liebe Nummer drei. Zumindest das Mädchen wird sich hier auf jeden Fall wohlfühlen. Und Siana kann auch wieder nix. Und wir haben gerade kein Essen. Was zusätzlich beschissen ist, weil du nicht sammeln kannst. Kannst du? Äh, so, immerhin, immerhin, äh, Takiyonu. Den hätte ich eigentlich mit ihm fahren müssen. Einmal schwule Liebe in den Arsch rein, dann haben wir da zwar ein Scheißwesen, aber wenn es lebt, kannst du es gut sammeln. Das wäre doch mal was. Ah, okay, du kannst wahrscheinlich noch nicht, wenn du zu jung bist. Ja, war zu erwarten. Du hast allerdings, das Preferred Temporature ist immer noch kalt bei dir. Das heißt, du musst da lang gehen. Das dauert irgendwann immer länger, so ein Zug, ne? Und du konntest nicht sammeln. Das heißt, da hier niemand... Ah, du kannst auch eine Bäre sammeln. Hoffen wir mal aufs Beste. Ah, das ist das Schlechteste für ihn. Okay, und du kannst hier hingehen. Alles klar, and day. Ich habe ja theoretisch auch einige, äh, Brutstellen, aber das bringt mir halt nicht so viel, wenn meine Leute nicht bis dorthin kommen. So, das ist... Du konntest... ...auch wieder nicht sammeln. Aber er kann die kleinen Maulwürfchen töten. Das ist nicht das Beste, aber man muss nehmen, was man kriegen kann. Und auch wenn es nicht viel ist. Ich habe gerade wieder so viele Leute, dass ein bisschen natürliche Selektionen gar nicht mal so scheiße wären. Nach dem Motto, ich habe kein Essen mehr. Ihr müsst leider alle sterben. Oh, passiert halt. Okay, ähm... Kunu hat normale... Er kann überall hin, das heißt... Ach, auch nur eins Stärke. Fuck. Aber egal, damit darf Isis hier ihr Kind kriegen. Was dann hoffentlich nicht Al-Qaida ist. Oh, jetzt habe ich sie jetzt wieder zurückgeschickt. Scheiße. Und du mit deinem Dreimal sammeln darfst das auch mal richtig auskosten. Also, gut, du hast es schon ausgekostet. Du hast gerade jeden einmal geschwängert. Aber okay. Wenn du meinst, dass du es noch anders auskosten willst, dann tue das. Och, da ist eine Sackgasse. Shit, sorry, du Kro. Okay, und Rena kommt da so langsam hin. Ich weiß, ich habe ein bisschen Essen gerade damit verschwendet. Habe ich nicht aufgepasst. Auch was ganz Neues. Und habe ich hier noch was? Immerhin für ihn, wenn er sich nachher wieder bewegen kann. Dann verbrauche ich aber auch wieder zu viel Essen, um da hinzukommen. Nein! Ich will nichts verlieren. Ah, okay. Nogyuno ist immerhin männlich. Und hat absolut Bullshit bekommen. Wandaku kann sich weit bewegen, aber ansonsten immerhin sammeln. Oh. Äh. Warte, wer von den beiden bist du jetzt da? Corella. Hat auch nichts. Deine Gene sind Schrott. Mann. Bin ich beinahe gefreut. Habe ich überhaupt noch ein neues Weibchen gerade? Ist irgendein Weibchen im Nachwuchs drin? Ja. Nein. Keiner. Okay. Oder eher nicht okay. Weißt du, geht erstmal dorthin. Er. Hast du so nicht zwei Stärke? Aber ich kann da nicht hin. Nein. Aber gut. Mal schnell sammeln. Vielleicht soll ich Rockrick lassen. Wenn er hier schon nichts in Rede, Rotata. Aber Rotata hat halt wirklich Gene. Der könnte halt was machen. Also hier, mach mal. Tu noch mal so, als wärst du richtig, richtig geil. Wer ein Rock kriegt nächste Runde, weil er leider auch stirbt. Dann kann ich gar nicht mehr bewegen. Schade. Das Ende ist da für ihn. So. Ich halte mich dann mit Berries auch gerade nur so am Abgrund auf. Was ist da? Stackmole. Also klar, die heißen alle so, ne? Hier habe ich auch wieder keinen mit Stärke. Ich verliere meine ganzen guten Gene. Das geht doch gar nicht. Geht. Geht. Jawohl. Okay, kommst du bis dahin? Yes. Sehr nice. Ähm. Nächste Runde kannst du die nochmal töten. Du kannst zumindest hier sammeln. Sehr toll. Ähm. Ja gut. Du guckst jetzt mal langsam hier weiter, ne? Ach man, noch so ein Maul. Und Kuno. Und Takino oder Kuno? Einer von beiden muss jetzt nochmal loslegen. Er hat zumindest das Geweihen der Hinterhand. Unser Takino. Ähm. Da fährt er nochmal die gute riechende Nase. Aber da ich noch nicht weiß, was Nase wirklich bringt. Würde ich ihn beinahe machen lassen. Aber er steht so weit weg. Oh, sie will sowieso nicht. Ach fuck, warte. Du dahin. Du dorthin. Und Population vergrößern. Du hast wieder keine Stärke. Kannst auch nicht sammeln. Oh mein Gott. Was könnt ihr eigentlich? Wofür habe ich euch gezeugt? Och man. Okay, warte. Kukuru kann sammeln. Schön. Und Wanduk auch. Besser als... Also schnell sammeln. Sagen wir es so. Äh. Rotata könnte angreifen. Ja, dann rotatier dich mal weiter. Und du kannst in der nächsten Runde genau bis rein. Sehr toll. Puh. Also so viel Veränderung, wie ich gehofft habe, habe ich noch nicht gesehen. Also der Trailer hat ziemlich andere Monster sogar gezeigt. Die sind wahrscheinlich hier in der Demo einfach noch nicht drin. Ähm. Ich wollte jetzt eigentlich noch... Hier ist wieder kein Mall gewesen. Ah, sehr schön. Ich wollte jetzt eigentlich in der Demo noch so lange spielen, bis ich wirklich noch eine große Veränderung sehe. Aber ich glaube, in der Demo kommen wir nicht mehr so weit. Und langsam müssen wir auch aufhören, denke ich. Weil ich sonst... Zu lange spiele. Fuck, das wollte ich nicht. Awww. Egal. Du kannst nicht angreifen. Doku schon. Doku kämpft sich hier jetzt durch. Und kann nichts mehr machen. Das heißt, du kannst wegrennen und Bären sammeln. Yay. Unser Jäger und Sammler. Ähm. Okay, dann müssen wir den hier mal angreifen. Mit allem, was wir in der Nähe haben. Was nicht viel ist. Kann ich das Spiel eigentlich in der Demo speichern? Ähm. Nein, kann ich nicht. No saving and loading implanted yet. Sorry. Okay. Aber ich denke, ich habe bestimmt eine ganze Weile gezockt. Ähm. Nein, ich habe Reset gedrückt. Alles klar. Ich wollte eigentlich... Ich wollte sowieso ein Quit-Game machen. Aber eigentlich wollte ich jetzt in den Bildschirm noch... Ich dachte, das heißt, weiter mit dem Spiel machen. Na, okay. Äh, ja. Ich wollte sowieso aufhören. Ähm. Wie ihr seht, ihr seht hier auch nochmal auf dem Bildschirm halt komplett andere Veränderungen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es auch noch, äh, ähm, ähm, es gab noch in dem, dem Intro, was sie gezeigt haben, für das, was am 15. September rauskommt, so eine richtig hässliche Ratte, zu der man auch noch werden konnte. Die man da in den Game-Pul mit reinlassen konnte. Ähm, ansonsten... Also, ich habe mir halt wirklich viele Gene-Veränderungen gewünscht. Allerdings, es ist ja durchaus ein Genetic-Survival-Game und rein von Genetics her funktioniert es ja auch nicht, wenn man einen Wolf mit einer Fledermaus kreuzt, kommt dann kein Pegasus raus. Wenn überhaupt was rauskommt. Und deswegen habe ich vielleicht mir ein bisschen zu viel davon erhofft, aber an sich, das Prinzip finde ich gar nicht mal schlecht. Ich würde dann ganz gerne nochmal ins fertige Spiel reingucken, wenn es am 15. September rauskommt. Äh, um meine perversen Gedanken, meine Furry-Fetische rauszulassen. Ansonsten frage ich euch noch, wie hat es euch gefallen? Wer es euch gefallen hat, sagt mir bitte Bescheid. Wenn nicht, Feedback, lieb mir gerne in die Kommentare. Ihr könntet dann, wenn es draußen ist oder die Demo werde ich natürlich verlinken. Auch nochmal mit ausprobieren. Ansonsten erstmal, adios amigos und hoffentlichst auf Wiederhören.